Richtung Garten. Einmal den Zirkus, haben wir gesehen, Zirkus Maximus, und wenn wir heute auch noch sehen, und Piazza Navona als Wagenrennbahn angelegt. Dann gibt es das Halbrund, das griechische Theater, das Uiteion, und das hier ist eine typisch römische Erfindung. Das Theater war denen zu langweilig, da haben sie gesagt, da muss ein bisschen Action rein, Gladiatorenkämpfe, das Blut muss spritzen, das haben wir hier gesehen, Amphitheater. Und ihr seht, dieses Amphitheater ist im Grunde genommen der Prototyp eines Fußballstadions. Wir können sagen, das ist die Arena auf Schalke, meinetwegen, hier.